Herzlich Willkommen zu Let's Play Battlefield Bad Company ein Online Match, also Rangliste Ja, Markus Spielbüller und Marius ist Kameramann Ja, es werden auch bald Beatles folgen, wo Marius auch mal spielt Offen wir mal Bis jetzt habe ich eigentlich alle Mollyplayer Sachen gespielt Bis jetzt War Avatar Drop, hat er ja mitgespielt Oh mein Gott Ich bin die Steuerung von Fair Cry noch gewohnt Okay, da kommt ein Panzer Nicht gut, nicht gut Gar nicht gut Okay, hoffe ich sieht das nicht Scheiße Okay, nicht gut Nicht gut Okay Okay, ich hoffe mal Oh, oh, nein, jetzt hat er uns gesehen Scheiße Ja, drauf Das ist gut Irgendeiner hat uns gerade geholfen Hi Und das war gut Das war sehr gut Ja, dann fahren wir mal ein Fahrzeug Wenn wir uns finden Wow, das war da Wenn Wenn Und Da ist der Schott Wow Da kommt ein freundliches Boot Mit zwei Soldaten Okay Okay Wow Da war eine Granate Der ganze war ein Bopperle Wow Ruhig, low, low, low Okay, nächster Kill Doch, schon mal gut Hey Na ja, das geht schon Was Wow Alter, jetzt bin ich erschrocken Ich hätte gedacht, dass so Depp ist da Ab, ab, ab Ins Wasser, ins Wasser Der ist packt das Boot Hoffe ich mal Glaube ich nicht Ich glaube, das Boot hängt fest Nein, nein, nein Es klappt, es klappt, es klappt Das Boot hängt wohl fest Okay, dann Oh, scheiße Nicht gut Nicht gut Boom, tot So Unser erster Tod Schön, gell? Sehr stark Achso, ja, noch was Wenn ihr mich bei Xbox Live adden wollt Mein Gamertag ist Ärztefan Also A, E, R, Z, T, E, F, A, N Nur mal so als Mitteilung Weil mich schon welche gefragt haben Oh Nehmen wir mal Ja, das müsste passen Okay Und warte geht's Eine Antrag der Waffe Also finde ich persönlich besser Ein kleiner Vorgeschmack Boah Ich glaube, jeder, wo Battlefield spielt Kennt diese Waffe Okay Okay, das tut uns jetzt ganz schön heftig aus Gut Oh mein Gott Ich muss mich erst mal wieder auschecken Wow, 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 wow Bleibst du weg? Alter, ich wäre fast gestorben Das ist alles gut Boah, genau vor uns einer Und noch Headshot Not nice Ja, wir spielen das jetzt auch mal so Damit ihr auch sehen könnt, wie das Spiel ist Und euch vielleicht entscheidet Vielleicht Das auch zu kaufen Oder was auch immer Ja Wir nehmen jetzt mal eine Sniper Persönlich Meine Lieblingswaffe Ja, okay Wow Ich dachte, das ist eine Granate gewesen Okay Marius ist ganz stumm neben mir Ja, mir fällt gerade nichts ein Da liegt ein Stein Wow Aber ins Gefecht Okay, da vorne haben wir schon den ersten Den Snipern wir mal weg Oder? Ja, klar geht es Wow, 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 da war der Granate Bäm Habe ich doch gesagt Ja, gekillt Wow, wow, wow Mörserschlag hier Scheiße, nur noch 30 Leben Ist das ein Panzer? Ja, Panzer Zwei Panzer Oh, okay Okay, nein Vielleicht wenn es herauskommen Könnte ich sicher abknallen Aber Wow, 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 wow Ich werde von irgendwas angeschossen Und bin tot Ja, okay Gegen einen Panzer hat man keine Chance Theoretisch Ist das denn? Man hat die Waffen, wo ich jetzt nehme Meine Oder selber ein Panzer Die Waffen, wo ich jetzt nehme Kommen auf jeden Fall gegen den Panzer an Bin ich mir sehr sicher Ja, denke ich auch Heißt ja nicht umsonst, Panzerfaust Okay, da war so ein Heslon, der uns abgeknallt hat Das wird er bereuen Wenn er um die Ecke kommt Wow Wow Knappe Schicht Ja Unser Panzerfaust Nachladen Das ist nur für eine Ah, der Panzer ist ja schon im Arsch Das freut mich Wow Das war mies Das war jetzt Mit einer Jusi Also Ja Dann steigen wir gleich wieder mal mit ein Nehmen wir auch mal eine schöne Waffe Der Nachteil an dieser Waffe, wo ich jetzt habe, ist Man hat kein Midi-Pack Wow Wow Okay Die Waffe ist für den Arsch Die nehme ich nicht mehr Ne, würde ich auch nicht Boah Also Wenn ihr wieder eine Bewertung machen könntet Und ein Kommentar Das wäre nett Ja Mein Gott Ist die Waffe hässlich Mösserschlag Au, 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 au Okay Das war mies Von hinten Ja Also Das war es auch von Battlefield Äh Battlefield Bad Company Battlefield Bad Company Wäre schön, wenn ihr uns abonniert Ja Bis zum nächsten Mal Tschüss